Nummer 5. Negative Ionen Haarglättungsbürste. Mit seiner konstanten Temperatureinstellung sorgt er für eine gleichmäßige und konstante Temperatur, um eine gesunde Haarpflege und ein gesundes Styling zu gewährleisten. Während der Anwendung setzt sie automatisch negative Ionen frei, die Spliss und Knoten reduzieren. Die Bürste entfernt statische Elektrizität aus dem Haar und macht das Haar weich und glänzend, ohne es zu kräuseln. Einfach zu bedienen. Mit 12 Heizmodi. Hitzebeständige Handschuhe sind in der Packung enthalten. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Thermische Haarglättungsbürste mit keramischen Heizelementen. Glättet das Haar schnell und beseitigt Friss. Mit 3 Temperaturen und LED-Bildschirm. Die Glättungsbürste verbessert das Aussehen des Haares, macht es glänzend und gesund dank der Keramikbeschichtung und bewahrt das ursprüngliche Volumen für einen makellosen und extrem natürlichen Look. Schnelle Ergebnisse und 3D-Glättung ohne unangenehme Abflachung des Haares. Ausgestattet mit 126 Borsten. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Das dreifache Borstendesign dieser Keramikbürste macht Ihr Haar perfekt glatt. Die Enden der Borsten sind kühl, um das Risiko von Verbrennungen zu verringern. Mit dieser Bürste wird Ihr Haar glänzend und natürlich aussehen. Sie ist in 25 Sekunden aufgeheizt, und mit der digitalen Anzeige können Sie die Temperatur von 80 bis 230 Grad einstellen. Der Ionen-Generator reduziert effektiv die statische Elektrizität in Ihrem Haar, befreit es von Friss und repariert gleichzeitig trockenes und geschädigtes Haar. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Professionelle Glättungsbürste mit beheizten Außenseiten für leichtes, natürlich glattes, kräuselfreies Haar. Die Kombination aus drei beheizten Seiten, keramikbeschichteten Borsten und Kunststoffborsten sorgt für Geschmeidigkeit und eine hervorragende Kontrolle der Strähnen. Die Ionen werden automatisch aktiviert, wenn die Bürste eingeschaltet wird, und helfen, Friss zu reduzieren. Die Temperatur ist zwischen 160 und 210 Grad einstellbar, so dass die Bürste für alle Haartypen geeignet ist. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 1. Diese Bürste verfügt über Keramiktechnologie mit Ionen für perfekt glattes, kräuselfreies Haar. Optimale Styling-Temperatur von 185 Grad. Keramikborsten in verschiedenen Längen für die Bearbeitung großer Haarpartien. Der automatische Ruhemodus sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Styling. Die Bürste ist für alle Haartypen geeignet. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Der automatische Ruhemodus